Wo sind wir denn heute gelandet? Hier sieht es ja aus wie in einem Steinbruch. Lauter große Feldsteine und unsere Ente hat sich darin verlaufen. Dabei sind wir doch eigentlich auf Orgelrätselreise durchs Dekanat Biedenkopf-Gladenbach. Ich bin Johann Lieberknecht und ich versuche jetzt mal die Ente zu retten. Achso, letzte Woche waren wir in der Evangelischen Kirche in Elmshausen. Zum Glück konnte ich die Ente gerade so befreien. Was es mit diesen Steinen auf sich hat, erfahren wir gleich. Jetzt schauen wir uns erstmal das Instrument an. Wir haben hier ein Manual mit fünf Registern und Pedal mit zwei Registern und eine pneumatische Traktur. Die Orgel wurde gebaut von Eduard Vogt aus Korbach. Sie stammt aus der Bauzeit dieser Kirche, die im Jahr 1913 eingeweiht wurde. Wie zur damaligen Zeit üblich, haben wir hier viele Achtfußregister verbaut. Zum Beispiel die leise Flöte Gedackt. Eine weitere schöne Flöte im Vierfußbereich ist die Traversflöte. Dann haben wir hier ein Streicherregister, das Salizional. Und natürlich haben wir auch die kräftigen Grundstimmen der Prinzipalregister. Wir erinnern uns nochmal. Pneumatik bedeutet, dass die Ventile an den Pfeifen mithilfe von luftgefüllten Röhrchen angesteuert werden. Wir haben also nicht nur den Spielwind, der durch die Pfeifen strömt und klingt, sondern auch den Arbeitswind, der die Mechanik in Gang setzt. Wir brauchen also jede Menge Luft. Und da kommen jetzt die Steine ins Spiel. Wir sehen hier im Inneren des Orgelgehäuses den Balk, in dem die Luft, die vom Gebläse erzeugt wird, gespeichert ist. Wir brauchen einen gleichbleibenden Winddruck für die Versorgung der Pfeifen und für die Bleiröhrchen, die wir hier im Hintergrund sehen. Mithilfe von Gewichten wird der Balk beschwert. Deswegen liegen hier die großen Steine. Das sind zusammengenommen mindestens 100 Kilo. Wenn jetzt der Orgelmotor angeschaltet wird, sehen wir, wie sich der Balk entfaltet und das Ganze hier nach oben gehoben wird. Bei dem Gegengewicht der Steine muss hier schon ein ganz schön kräftiger Motor am Werk sein. Wenn der wieder ausgeschaltet wird, drückt das Gewicht der Steine den Balk wieder in sich zusammen. Auf einer einmanualigen Orgel haben wir nicht die Möglichkeit, die Melodiestimme extra hervorzuheben. Es sei denn, belegen Sie ins Pedal. Ich kann die Melodie ja auch mit den Füßen spielen. Das zeige ich heute anhand des Wochenliedes EG10 mit Ernst um Menschen Kinder. Die Hände spielen dann eine Begleitung dazu und damit man das Pedal trotzdem kräftig hört, kann ich die Pedaltöne einfach verdoppeln und spiele sie mit beiden Füßen in Oktavabstand. EG10 mit Tafsabstand. Musik Und zusammen mit den Händen klingt das dann so. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's von mir von hier für heute. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wenn Sie wissen, wo diese Orgel steht, schreiben Sie uns an die eingeblendete E-Mail-Adresse und mit ein bisschen Glück können Sie wieder etwas gewinnen. Ich verabschiede mich von Ihnen, wünsche Ihnen eine gesegnete Adventszeit und bleiben Sie musikalisch. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020